Guck hier jetzt, der Trottel-Jugger, wie er die Waffen hinfeuert. Ja, kommt, geht, oh geil, wie er sie machte. Wenn er sich beim Waffendrehen in den Schädeldeck gepoppt ballert hätte, wäre auch nicht schlecht gewesen. Am Blumentopf hängen geblieben, Alter. Wie es ihn durchgeschüttelt hat, Junge, richtig. Knete, Junge, er war Knete in meiner Hand. Achso, 107 GB, schmeißt den ganzen anderen Scheiß raus. Kampagne zum Beispiel habe ich rausgeschmissen. Spiele keine Kampagne. Noch nie gespielt, bötet mich an, langweilig. Wenn es da keinen mehr interessiert, was am Ende des Vibes passiert, da... Kann ich eigentlich meinen Account auch einfach so zurücksetzen, damit ich die Kohle auflost, bevor ich so irgendwie sinnlosen Cheater und einen Rachen stopfe? Komm, Matze, im Alleingang. Ach, Mann, gerade da, wo ich nicht hingeguckt habe. Alter, leck mich doch am Arsch. Junge, ich bin Tarkov-Spieler. Ich spiele gerade auch nicht, Tarkov. Erst wieder im neuen Vibe. Der Anker für den Kaffee-Drehung-Bumm. Alter, wie hoch springen sie denn? Guck mal, jetzt springe ich. Du kriegst einen fetten Arsch kaum von der Erde. Und die fliegen immer dicht drüber, Alter. Was ist denn das? Ja. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Silent, grüße. Kaffee. Wer COD hat... Und mit dem alten Matze zocken will, soll seinen zarten kleinen Arsch ins Disco schieben. Und dann geht's ab. Ah, da guckst du blöd aus. Da wär schon was. Nimm doch mal hier Charlie ein, Alter. Er rennt ja vorbei. Nee, komm, lass. Matze. Alter, hat er den Eger gehabt oder was war denn das? Oh, Tanker. War auch nicht schlecht. Du blöde Bitch, Alter. Das hört sich doch schon wieder an. Du, 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 du. Uh, hu, hu, hu. Zwei Huren-Söhne auf 8 Uhr. Nein, ein Uhr, was weiß ich. Welche Uhr? Wie viel Uhr? Leck mich. Beweg mal deinen geschmeidigen Arsch. Wie er angepuckelt kam. Geduckt hat er sich. Ja, macht auch kein Geräusch. Boah, ich seh einen Feind, Alter. Halt doch die Schnauze, Junge. Dann bring ihn um, Alter. Boah, er geht mir auf den Keks, Alter. Boah, hört einmal auf, der Idiot. Doppelabschuss. Wenn er das noch einmal sagt, bring ihn um. Oh, Alter, kann man das nicht deaktivieren? Das macht mich fertig. Oh, ich hab ja eine Drohne, raus damit. Aber ich könnte ihm ins Maul hauen, hier. Ich seh einen Feind. Ey, da geht mir auf den Sack, mein Ding. Boah, Alter. Ich bring ihn um, Alter. Bring ihn um. Ja, scheiß Sniper. Was ist das für ein beschissener Sniper, Junge? Alles muss man alleine machen. Keinen mehr, mit dem ich reden kann. Niemand, mit dem ich mich besaufen kann. Oh, wie traurig. Niemand, den ich ficken kann. Sniper ist voll beschäftigt, jedem zu sagen, dass er einen Feind sieht. Dreh runter, was ist das denn? Hau so hier. Gib mir den Chat-Faller. Spam. Na ja, wenn wir Alpha verlieren, können wir C erobern. Oh, Alter, dieser Vollidiot. Kann man das abstellen mit diesem? Der ist doch voll bekloppt, Alter. Der ist doch schwerst gestört, Junge. Oh, der Sniper hat mal einen Hit gelandet. Dieser Idiot, Alter. Er geht mir auf den Schwanz. Ich sehe einen Feind. Ich sehe einen Feind. Wie kann man da nicht einen Timeout reinmachen, Junge? Dass er ja einmal pro Stunde seinen Scheiß rausbämmen kann. Dieser Vollidiot. War ja klar, und das ist ein Amazesverweis. Dreh rumrum. Erleuchte mich. Bing. Ist das nicht die Suchmaschine von Microsoft oder sowas? Benutzt die überhaupt einer? Blöder Hund. Oh, nein. Ich bin halt Sticky. Nein. Schande. So herzlich verdrückt. Alter. Guck dir das an. Wie das aussieht im Video. Irgendwelche tausenden kryptischen Zahlen. Ein Zeichen. Was? Was? Ich habe einen gesprengt. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Wo sitzen die Ratten? Da oben drin oder was? Was? Ich kann das nicht einschätzen. Ich kann das nicht einschätzen. Hier bewirkt sich was. Ich muss nachladen. Da stand drin. Wie bestellt und nicht abgeholt. Wie bestellt und nicht abgeholt. Hier siehst du, wie er rennt, Junge. Boah, Alter. Das Ding wiegt eine Tonne. Alter, das. Ich stehe unter direktem Beschuss. Ich sterbe hier. Ja, ja. Noch nie, aber so schnell sterbt sie es nicht. Aua. Ich sehe nichts. Das ist ein geiler Knickschuss. Das ist ein geiler Knickschuss. Huch. Ah, na gut. Irgendwann ist auch mal der Zug abgefahren. Der Idiot. Aber der Sound, Alter. Die Knarre macht schon Spaß zu spielen. Das ist schon richtig geil. Wir verlieren den Hoden. Geinste Sniper gewesen. Kennst du auch, Lexi? Kannte die auch noch nicht hier. Aber die haben doch jedes Mal wieder einen anderen Namen. Weiße, weil sie es nicht leisten können, mal hier eine Lizenz zu holen. Die verdienen mit den Spielen nicht so gut. Muss man wissen. Das ist halt so. Ich finde es auch immer noch geil. Also ich bin ja eh sehr genügsam irgendwie. Keine Ahnung. Ich nehme das Spiel und spiele es. So wie es ist. Ja, manchmal wird auch gemeckert, wenn irgendwas... Aber sonst bin ich schon relativ geschmeidig. Ich stehe unter, direkt im Beschuss. Lass nass. Granate geworfen. Werfe eine Granate. Werfe eine Granate. Stehe unter, direkt im Beschuss. Huch. Werfe eine Granate. Da ist das Ding. Lade nach. Oh, hier ist eine Stellung. Junge, dem habe ich auch das Fressbrett weggeschaut. Die Sniper ist wirklich hammergeil. Die ist mal richtig geil. Geil. Alles Compare? Yo jetzt. Entschuldigung. Wir sehen uns erstmal im Liz結ab. Wir sehen uns bei Autos. Sie können dich schmonatoren. Bis해도 da alles eben beginning ins keeps accusingvé. Bis zum nächsten Mal.